Wie funktioniert ein effektiver Habit-Tracker in Notion? Das schauen wir uns heute an. Hi, ich bin die Dagmar von Imagine Notion und ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist bei unserer Live-OS-Serie in Notion. Wir schauen uns in dieser Serie an, wie du dir in Notion ein ganz umfassendes Lebensorganisationssystem bauen kannst, mit dem du wirklich dein ganzes Leben organisieren kannst in einem einzigen Tool und gleichzeitig deine Träume und Ziele erreichst. Und heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema innerhalb dieses Live-OS und zwar das Thema Habit-Tracking und auch ein bisschen um das Thema Bullet-Journaling, Journaling an sich, Tagebuch, Schreiben, Gewohnheiten verändern, alles was du tracken, festhalten, messen und eventuell ändern möchtest. Und wenn du kein Video mehr dieser Live-OS-Serie hier verpassen möchtest, dann freue ich mich total, wenn du mir ein Abo dalässt und auch die Glocke neben dem Abo-Button abonnierst, weil dann wirst du nämlich benachrichtigt, wenn neue Videos von mir rauskommen. Aber jetzt lass uns gleich rein starten in den Habit-Tracker. Warum solltest du dir überhaupt die Mühe machen, einen Habit-Tracker zu pflegen? Grundsätzlich kannst du die größte Vision haben und die größten Ziele in deinem Leben, aber wenn du täglich nichts dafür tust, um diese Vision zu erreichen, dann hilft dir diese Vision rein gar nichts. Dann ist es eigentlich kein Unterschied, ob du dir diese Ziele vorgenommen hast oder einfach gar nichts getan hast. Und letzten Endes lässt sich die Vision, wenn man das tägliche Arbeiten, das tägliche Hier und Jetzt anguckt, in zwei verschiedene wichtige Bestandteile zerlegen, nämlich einmal deine Aufgaben, also alles, was einen Anfangs- und einen Endpunkt hat, die entsprechen im System von August Bradley, dem PPV-System, den Pipelines, also alles, was sich durch einen bestimmten Prozess durchbewegt. Und dann gibt es aber noch einen anderen Bestandteil, der oft von den Aufgaben so ein bisschen verdrängt und vernachlässigt wird. Und zwar ist das der Bereich der Gewohnheiten und Routinen. Also das ist ein Bestandteil der Pillars im PPV-System. Und gleichzeitig ist das Tracking, mit dem du diese Gewohnheiten dann eben verfolgst, das ist ein Teil der Cycles, also der Zyklen, die du immer wieder durchwanderst und infolgedessen du weißt, ob du einfach auf deinem Weg zu deiner Vision bleibst oder ob du rechts und links irgendwo abgewichen bist. Also es ist einfach ein Kontrollinstrument für dich. Du hast vielleicht auch schon mal den Ausspruch gehört, you are what you do every day oder auf Deutsch, du bist, was du jeden Tag tust. Und genau deswegen ist der Habit Tracker eben so wichtig, dass du wirklich täglich an deinen großen Zielen und an deiner Vision arbeitest, im Sinne nicht nur deiner Aufgaben, sondern deiner Gewohnheiten. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie das funktionieren kann. So, ich bin jetzt hier in der Datenbank vom Tagestracker. Ich möchte dich sozusagen unter die Motorhaube schauen lassen und dir erklären, wie das Ganze funktioniert und was ich hier tracke. Wichtig ist, nimm das Ganze wirklich nur als Inspiration für deine Ziele und deine Gewohnheiten, weil logischerweise hast du da andere als ich und dementsprechend macht es auch sicher Sinn, dass du andere Dinge trackst als ich. Also zum Beispiel, wenn du rauchen und aufhören möchtest, dann macht es Sinn, dass du hier eine Checkbox hast für das Thema heute nicht geraucht, zum Beispiel, die du dann jeden Tag ankreuzt. Zum grundsätzlichen Verständnis, eine Zeile hier in dieser Datenbank ist jeweils ein Tag. Also jeden Tag fülle ich hier eine von diesen Einträgen aus. Wie ich das genau mache, das schauen wir uns noch an. Und jetzt lass uns einfach mal kurz die verschiedenen Properties anschauen. Wir haben jetzt hier einen Sieben-Tages-Durchschnitt, also das Ganze ist gefiltert. Nach Datum ist on or after one week ago. Und wir haben jetzt hier zuerst den Tag. Das ist einfach der Titel der Datenbank. Also das ist dasselbe wie das Datum, leider kann man die Datums-Property nicht als Titel für die Datenbank verwenden. Deswegen ist das hier ein bisschen doppelt. Dann haben wir hier automatisch den Wochentag angegeben. Da mache ich nichts. Das ist eine Formel, die dahinter liegt, die das automatisch ausrechnet. Dann habe ich hier eine Verknüpfung zur Wochendatenbank. Die Wochendatenbank, da liegt meine Wochenplanung und mein Wochenreview drin. Und diese Verknüpfung ist hier, damit ich meine täglichen Tracking-Daten dann auch wirklich wöchentlich auswerten kann. Und wie ich das genau mache, dazu wird es noch ein Video geben. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz essentieller Bestandteil dieses Systems und hat meine Produktivität extrem gesteigert, dass ich das mache. Dann tracke ich hier meine Schlafdaten. Also das ist einfach die Stundenanzahl, wie lange ich geschlafen habe. Ich tracke hier mein Gewicht und ich gebe mir jeden Tag eine Bewertung für meine Ernährung von 1 bis 5. 1 ist, ich habe super gesund und gut gegessen und 5 ist, ich habe nur Junkfood gegessen. Ich möchte einfach im Blick behalten, wie ich mich da verhalte und was ich da vielleicht verbessern kann. Und hier kommen jetzt ganz viele verschiedene Gewohnheiten von mir. Also zum Beispiel Yoga, eine Morgenmeditation, Affirmationen, dann nehme ich jeden Tag Vitamine. Ich mache Sport und versuche spazieren zu gehen, zumindest 5 Mal die Woche. Dann versuche ich 5 Mal die Woche zu lesen, abends oder einen Podcast zu hören. Und ich versuche meinen Tag abzuschließen, also eine Shutdown-Routine für den Tag zu machen. Und alle diese Dinge tracke ich hier einfach mit Hacken. Und das Schöne ist, ich habe hier noch kleine Prozentsätze an der Fußleiste von dieser Tabelle. Und hier sehe ich dann, wie oft, also wie viel Prozent in der Woche ich geschafft habe, diese Gewohnheit dann auch wirklich zu schaffen. Also das geht ganz einfach, indem du hier draufklickst und dann hast du hier verschiedene Optionen. Die unterscheiden sich auch je nach Property-Typ. Und da kannst du dann schauen, was du auswählen möchtest, damit du auf einen Blick siehst, wie gut du deine Gewohnheiten erfüllt hast. Wenn wir jetzt mal weitergehen, dann sehen wir hier noch 4 andere Properties. Also ich tracke an jedem Abend oder ich versuche an jedem Arbeitstag zumindest zu schauen, wie viel Prozent meiner Aufgaben ich fertig geschafft habe, also ich abgehakt habe. Das ist, das trage ich einfach manuell ein, also das ist nicht automatisch, sondern das ist manuell. Und wie viel Prozent des Tages nach Plan gelaufen ist, damit ich einfach realistisch meine Tage plane, dass ich wirklich das schaffe, was ich mir auch vornehme. Und gleichzeitig auch mich nicht ablenken lasse von, ja, spontanen Dingen oder ungeplanten Dingen von meinen großen Zielen und Projekten. Am Wochenende nehme ich das da nicht so wichtig. Also das ist eher für unter der Woche, für meine Arbeitstage. Und beide Werte kommen auch aus dem System von August Bradley. Und ich finde sie wirklich, wirklich sehr hilfreich für meine Verbesserung. Also alles, was hier über 60 Prozent ist oder 60 Prozent, finde ich schon sehr, sehr gut. Also es ist ja völlig klar, dass auch Unterbrechungen passieren und Dinge passieren und nicht immer alles nach Plan laufen kann. Und hier schreibe ich mir oft kurz auf, was ich noch am Tag verbessern kann, damit ich noch produktiver und zufriedener werde. Und hier halte ich fest, wenn ich ein Review an diesem Tag gemacht habe. Also hier siehst du zum Beispiel mein letztes Weekly Review von der letzten Woche. Falls du jetzt gerade so ein bisschen überwältigt bist von all diesen Daten und all diesen Gewohnheiten, dann kann ich dir zwei Sachen noch dazu sagen. Also erstens sind diese Gewohnheiten was, was ich mir wirklich über Jahre hinweg aufgebaut habe und nicht, wie ich angefangen habe. Also ich habe, glaube ich, angefangen mit einer Morgenmeditation und das war's. Und sonst habe ich auch überhaupt nichts getrackt, nicht meinen Schlaf, nicht mein Gewicht und so weiter. Also ich würde auch wirklich, wirklich empfehlen, Gewohnheiten immer schrittweise anzugehen und mit einer, einer kleinen Gewohnheit anzufangen und nicht auf einmal. Und die zweite Sache ist, also es dauert wirklich zwei Minuten maximal, diese Sachen zu tracken am Tag. Also es ist nicht so lang, wie sich manche Leute vorstellen. Das werden wir uns gleich auch noch anschauen. Und mir geht es auch wirklich nicht darum, die perfekte Woche oder den perfekten Tag zu schaffen, sondern mir geht es darum, wirklich langfristig an den Dingen, die mir wichtig sind in meinem Leben, dran zu bleiben. Das kann ich hier vielleicht auch nochmal ganz gut demonstrieren mit meinem 30-Tage-Durchschnitt. Also das sind wirklich meine echten Daten hier und das ist mir auch wichtig, echte Daten zu zeigen, weil ich finde, das ist einfach, ja, viel besser und nachvollziehbarer als irgendwelche Fake-Daten hier einzutragen, die irgendwie perfekt sind. Und wenn ich jetzt hier runter scrolle, dann siehst du schon, hier fehlen jetzt ein paar Termine hier irgendwo dazwischen. Genau zwischen dem 24. und dem 19. habe ich gar nicht getrackt. Und hier siehst du, dass ich viele von meinen Gewohnheiten nicht durchgezogen habe. Das war einfach eine Zeit, wo es mir auch gesundheitlich nicht so gut ging und wo ich wirklich nur die Sachen, die mir am wichtigsten waren und auch nur an den Tagen, wo es, ja, wo es ging, einfach machen konnte. Und letzten Endes habe ich auch überhaupt kein Problem damit zu zeigen, einfach deswegen, weil, wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass die Gewohnheiten perfekt sein sollen und das sollte dir auch nicht darum gehen, sondern es geht wirklich darum, dass du auch wieder reinkommst nach Phasen, wo es aus irgendeinem Grund in deinem Leben Herausforderungen gibt oder wo du aus irgendeinem Grund eben die Gewohnheiten nicht aufrecht erhalten kannst. Und dabei ist dieser Tracker unglaublich hilfreich, weil du einfach Fortschritte auch ganz einfach siehst und dich aber gleichzeitig auch nicht belügen kannst. Also du kannst, ich kann mir jetzt auch nicht vorwachen, dass ich da jeden Tag super meine Gewohnheiten durchgehalten habe, wenn ich es in Wirklichkeit gar nicht getan habe. Und dafür, finde ich, lohnt es sich wirklich, die Daten zu tracken und wirklich genau hinzuschauen, wie man eigentlich auf dem Weg dasteht zu den größten Zielen, die man im Leben hat. So, damit wäre das Wort zum Sonntag bzw. zum Freitag auch erledigt. Jetzt möchte ich dir doch kurz zeigen, wie ich den Tagestracker wirklich im Alltag verwende. Und zwar ist das allermeistens von meinem LiveOS-Dashboard aus. Dazu habe ich schon ein Video gedreht, wenn dich das noch näher interessiert. Das werde ich dir hier oben wie immer verlinken. Und wir gehen jetzt rein in den Toggle heute, den ich in meinem Alltag wirklich am allermeisten brauche auf diesem Dashboard. Und wenn ich hier morgens ankomme, wenn ich meinen Computer anmache und in meine Daten reinschaue in Notion, dann gehe ich zu allererstes hier zu dem Bereich Tracking und Journaling und lege hier einen neuen Eintrag im Tagestracker an. Und hier trage ich jetzt alle Daten ein, die ich dir vorhin gezeigt habe. Und zwar innerhalb von, ich sage mal, ein bis zwei Minuten. Also ich trage zuerst das Datum ein, dann diese Dinge hier sind dank Filter schon automatisch ausgefüllt. Dann trage ich hier die aktuelle Woche ein. Meine aktuelle Woche hat immer dieses Kennzeichen. Das heißt, ich finde das ganz schnell in der Datenbank und kann das dann einfach anklicken. Und dann gehe ich jetzt einfach per Tab-Taste weiter in diesen verschiedenen Einträgen. Das heißt, ich gebe jetzt hier kurz mein Gewicht ein, dann bewerte ich meine Ernährung von gestern, geben wir mal eine 2. Und dann schaue ich nach meiner Schlafstunde. Die sehe ich über meinen Fitness-Tracker, über meine Smartwatch. Das waren jetzt genau 7,32. Und hier wird dann dadurch automatisch die Schlafenszeit schon berechnet. Und jetzt überlege ich mir, was ich von meinen Routinen gestern schon gemacht habe. Also Sport, Spaziergang und Lesen, Podcast. Das sind Routinen, die ich immer vom Vortag abhake. Einfach deswegen, weil ich dann tagsüber nicht mehr dran denken muss, diese Routinen abzuhaken. Sondern ich kann das einfach am nächsten Morgen machen, wenn ich eh meine ganzen Daten eintrage. In dem Fall habe ich das gemacht, das habe ich nicht gemacht. Und ich schaue, was ich von meiner Morgenroutine abgehakt habe oder was ich noch später am Tag machen sollte. In dem Fall habe ich alle Dinge gemacht. Und boom, jetzt bin ich schon fertig mit meinen Einträgen. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Bereich und weiteren Aspekt von meinem Tagestracker. Und zwar nutze ich den Tagestracker auch als eine Art Tagebuch oder Microjournal, wenn man so möchte. Oder auch Aspekte des Bullet Journals sind in diesem Tracker mit drin eingebaut. Und zwar habe ich mir hier ein Template gebaut, das mir schon ermöglicht, alle Dinge, die ich ausfüllen möchte, schnell hier aufzurufen. Und wenn wir hier jetzt reingehen, dann ist das Ganze in zwei verschiedene Teile geteilt. Einmal in eine Startup-Routine für den Start in meinen Arbeitstag und dann in eine Shutdown-Routine am Ende des Arbeitstages. Ich werde dazu nochmal ein separates Video machen zum Thema meinen Tag in Notion, wo ich dann nochmal genauer drauf eingehe, wie ich in Notion lebe Tag zu Tag, also wie meine Tagesroutinen in Notion ausschaut. Und deswegen werde ich jetzt hier nicht mehr ganz im Detail drauf eingehen. Dafür gibt es dann das andere Video. Nur, dass du es hier mal gesehen hast. Also das sind die fünf Dinge, die ich hier mache, wenn ich den Arbeitstag starte. Und was ich hier mache, ist zum Beispiel, ich habe hier eine Art Mindset-Datenbank oder auch Zitat-Datenbank, wo ich inspirierende Dinge sammle. Und das zeigt mir hier immer, zufällig gemischt, zehn verschiedene Zitate an. Und ich suche mir normalerweise eins aus und lese mir das dann durch. Dann tippe ich hier ein, was würde diesen Tag wunderbar machen. Dann habe ich hier mein Vision Board drin liegen und schaue mir normalerweise mein Vision Board an. Also mehr dazu dann im anderen Video. Dann überlege ich mir, was würde ich heute machen, wenn morgen alles Geld der Welt nichts mehr wert wäre. Und ich schaue mir meine heutigen Aufgaben an. Also das ist die Ansicht, die man auch hier auf dem LiveOS-Dashboard sieht. Aber ich habe es hier nochmal, ja, ablenkungsfrei am Morgen, dass ich auch noch letzte Änderungen vornehmen kann, wenn ich das machen möchte. Und starte dann raus in den Tag. Und wenn ich meinen Arbeitstag dann abgeschlossen habe, dann komme ich hierher zurück, notiere mir heutige Erfolge, was heute gut gelaufen ist, schaue mir an, welche Aufgaben ich erledigt habe. Das ist auch wieder verknüpft mit der Aufgabendatenbank und gefiltert nach den erledigten Aufgaben und heute. Und ergänze meinen Tracker, also die Properties, die wir hier schon gesehen haben, wie viel Prozent der Aufgaben ich geschafft habe, wie viel Prozent des Tages nach Plan gelaufen ist und was ich noch verbessern würde. Und mache dann einen Haken für meinen Tagesabschluss, damit das auch als Gewohnheit noch aufgezeichnet wird. Ja, das war mein Tutorial zu meinem Habit- und Tagestracker. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst dir ein bisschen Inspiration daraus mitnehmen. Ich verwende diese Daten übrigens dann auch noch in der Wochen- und Monatsplanung beziehungsweise im Wochen- und Monatsreview, wie das genau funktioniert und warum ich das mache, das schauen wir uns dann jeweils im Video zu diesen beiden Themen noch in der Zukunft an. Also du kannst auf jeden Fall gespannt bleiben. Auf diesem Kanal wird in den nächsten Monaten noch sehr, sehr viel passieren. Und ansonsten findest du wie immer alle Links in der Videobeschreibung. Und wenn du noch eine Frage hast, dann lass mir doch einfach einen Kommentar da. Das beantworte ich immer sehr, sehr gerne und freue mich immer über deinen Kommentar. Und ansonsten geht es dann nächste Woche weiter mit einem sehr, sehr wichtigen Video zum LiveOS und zwar zur Projektdatenbank. Also da kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.